Uh, soll ich hingehen. Irgendwie habe ich Angst. Okay, das hier ist böse. Das hier ist irgendwas. Plasmaenergie, das finde ich gut. Das ist gar nichts. Das ist... Das ist... bau 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 nein du sollst nicht ist ich will es nicht mit der bloßen faust probieren ganz ehrlich nicht bei so einem viel nein 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 so ich soll irgendwie nach hinten und dann soll ich dir die ganze zeit also in den rücken ballers weil sie macht das nicht habe ich mir mal an der magst du mich nicht. Ich mag dich aber auch nicht. Und kannst du bitte mal aufhören, mich irgendwie so umzuwerfen? Äh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Genau. Ich, Isaac, Isaac geht gleich drauf. Das tut mir total leid. Isaac, Isaac, bitte halte noch ein bisschen durch. Bitte halte noch ein bisschen durch. Andeutungsweise, das wäre ganz toll. Ich habe einen Energieknoten bekommen. Weh, jetzt kommt noch ein anderes Vieh. Weh, du haust mich. Weh, du bringst mich jetzt im letzten Moment noch um. Moment, ganz schnell. Gucken. Benutzen. Ja, Isaac. Mir geht's wieder gut. Ich fresse ein Medipack und mir geht's total super. Das finde ich. Das finde ich so toll an ihm. Er holt sich immer so schnell von seinen, ach, von diesen gefährlichen Dingen und so, die ihn hier erwarten. Und hier ist doch schon wieder die Luft so grausam, grausam, grausam. Grausam, grausam? Genau. Grausam, grausam. So, ganz grausam. So, Nebenaufgabe erfüllt. Da, 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 da. Ich muss die Viecher gar nicht umbringen. Oder wie sehe ich das? Wenn das nur eine Nebenaufgabe ist? Impulsprojektile. Energie für Laserkanone. Also es ist von Vorteil, wenn man sie umbringt, weil dann gibt man nicht so schnell den Löffel ab. Aber ich müsste theoretisch nicht. Oder wie? Oder doch? Oder warum? Oder, äh, 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 ich weiß es nicht. Stasi-Station. Ich kann wieder alles stasifizieren. Das Spiel macht mir wirklich zu viel Spaß. Aber ich kann's nicht ändern. Tja, ist halt so. So, okay. Treibhaus B. Okay. Mal gucken, was hier noch so ist. Sofern hier überhaupt was ist. Oder zumindest hier... Aha, da war wieder irgendwas drin. Interessant. So, Energie für Laserkanone. Energie blubblibla. Irgendwas, äh, ja, sehr schön. Öffnen. So. Und nun bin ich hier und sind wir da und wir sind alle hier. Ne, wir sind ganz alleine hier. Das finde ich irgendwie witzig. Was kann ich hier machen? Zuführung. Nährstoffzufuhr. Äh. War das jetzt gut? War das nicht gut? Warum? Warum? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Warum war kurzzeitig... Warum war die Luftanzeige bei mir jetzt kurzzeitig da? Was ist überhaupt mit diesen komischen Nährstoffdingern? Also was wird denn da jetzt genau gemacht? Verstehe ich nicht. Aber, okay. Weil bisher... Ich drücke immer auf diesen komischen Knöpfe, aber ich weiß überhaupt nicht, ob das jetzt was bringt oder nicht. Und vor allem waren wir bei der anderen Ebene jetzt auch... Wir waren da bei Ebene 3, ne? Natürlich waren wir bei Ebene 3. Hering, Hering. Du bringst aber auch alles nur irgendwie durcheinander. Ich müsste noch weiter hoch. Interessant. Aber gucken wir uns erstmal hier um. Ja, warum auch nicht. Audiolog aufheben. Ob sie sich tatsächlich nochmal gemeldet hat? Ich weiß ja nicht. Impulsprojektile, Inventar ist voll. Warum ist das scheiß Inventar schon wieder voll? Weil ich zu viele Sachen mit mir rumschleppe. Ganz viel Kanone. Energie für Laserkanone und so. Das nimmt zu viel Platz weg. Ich habe eindeutig... Eigentlich... Aber... Eigentlich ja. Aber eigentlich nein. Aber... Habe die, habe die, habe die du. Ich sollte einfach mal mit der Laserkanone arbeiten. Das wäre eigentlich total schlau. So. Jetzt weiß ich gar nicht... Energieknoten. Eigentlich soll ich ja weiter hoch. Doch, aber irgendwie... Hier kann man speichern. Will ich hier rein? Will ich hier nicht rein? Ich glaube, ich will hier noch gar nicht rein. Weil bisher war das Spiel eigentlich immer so aufgebaut, wenn es irgendwo noch eine andere Abzweigung gab. Aber der Lokalisierer mir noch nichts gesagt hat, dass ich dort eben reinen soll. Dann sollte ich dort auch noch nicht reingehen. Weil dann wäre ich sowieso später nochmal hingekommen. Also gehen wir jetzt erstmal hier hoch und machen alles auf Ebene 3 soweit fertig. Äh. Fertig, fertig, fertig. Da hinten, da sitzt was Bedauernswertes. Ich brutzel dich, weil ich irgendwie Lust dazu habe. Stop, stop. Ich habe dich gebrutzelt. Da, 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 da. Ja. So. Ähm. Ich laufe jetzt einfach mal spaßeshalber noch ein bisschen mit der Laserkanone herum. Äh. Achso. Ne, Moment. Ich bin jetzt nur für das Ding hier hochgegangen. Also muss ich die Dinger doch mehr oder weniger ausschalten, weil das gehört, das gehört einfach mit dazu. Aha. Okay. Gut. Habe ich jetzt auch zur Kenntnis genommen. Ja. Das Spiel schickt mich von einem Punkt zum anderen. Aber es ist trotzdem unterhaltsam. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie, es hat so von der, ähm. Ähm. Jetzt soll ich nochmal runtergehen. Äh. Okay. Warum auch immer. Es hat so ein bisschen was von allein diesem, diesem rundem, Ähm. Zuführung. Jetzt, jetzt soll ich nochmal zuführen. Nährstofffass wird eingesetzt. Nährstoffzufuhr eingeleitet. Hä? Ja. Nährstofffass wird ersetzt. Achso. Das klappt die ganze Zeit nicht, weil, äh. Da unten einer ist, oder? Kann das sein? Und deswegen wird auch immer kurzzeitig die Luft schlecht und irgendwie. Nährstoffzufuhr einladen. Nährstofffass wird ersetzt. Und. Feuer. Ähm. Ähm. Moment. Halt, Moment, Moment. Das muss ich anders machen. Äh. Aktiviere. Ja. Moment. Das. Da nehmen wir jetzt aber tatsächlich mal eine andere Waffe für. So. Nährstoffzufuhr. Nährstofffass wird ersetzt. Bam. So. Alles klar. So. Langsam, 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 langsam. Und. Bam. 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 Hab ich dich. Ich glaube, ich hab dich jetzt erledigt. Ja. Ich glaube, das war gut. So. Ja. Ich hätte jetzt endlich mal irgendwie hier so Stase, Telekinese und so einen Scheiß einsetzen können. Nährstofffass wird ersetzt. So. Ich hoffe jetzt mal, dass das jetzt richtig ist. Ja. Ich glaube, ich glaube, das war andeutungsweise richtig. Okay. Und jetzt eben nur zwei nochmal. Aber wie gesagt, wofür brauche ich die Nährstofffässer? Das verstehe ich nicht. Aber vielleicht würde mein Questbuch mir das ja an der Stelle mal sagen. Ich glaube, wir gucken da jetzt einfach mal rein. So. Giftkapseln. Ach nee. Giftkapseln zerstören. Sieben von acht. Hammond meint die Necromorphs haben einen Teil. der Kugel in sowas wie Giftkapseln verwandelt, die jetzt die Luft kontaminieren. Ich muss sie finden und zerstören. 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 Okay. Ja. Nebenaufgabe also nur in Anführungszeichen zu sehen. Also das ist prinzipiell gesehen. Ähm. Ja. Also prinzipiell gesehen, man muss es einfach machen. So. Gut. Ähm. Da. 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 Halbleiter Gold. Waaah. Pff. Waaah. Waa. 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 Snaps. 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 Ich erinnere mich an dich. Extrem scheiße. Äh. Halt. Nein. Nein. Ja. Ja. Äh. Nein. Ja. Ja. Äh. Das wäre ganz gut. Dankeschön. Ich wäre jetzt nur höchst ungern irgendwie da so hineingezogen worden. Irgendwie. Ich weiß ja nicht so, wie das bei euch ist oder so. Vielleicht hättet ihr das ja gerne gesehen. Aber ich irgendwie nicht. So. Und jetzt will ich meinen süßen kleinen Halbleiter, äh, Halbleiter da haben. Da, 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 da. Weil der gibt mir wieder ein bisschen Kohle und so. Weil Kohle brauche ich für Munition und ähnliches. So. Und jetzt habe ich zwischenzeitlich auch genug, äh, Plasma-Cutter-Munition irgendwie verschossen. Da, da hatte ich ja jetzt wieder Platz. Total toll. Ich würde übrigens an der Stelle total gerne schnell laufen und so. Aber es geht nicht. Weil Isaac sich wieder denkt, Igitt ist das eine klebrige Masse. Und Igitt, hier gehe ich ja nur ganz vorsichtig drüber. Das wäre zumindest besser. So. Ja. Das große Vieh. Das große Vieh, das große Vieh. Öffnen. Ich bin ja so gespannt. Ich bin ja so gespannt, ob da jetzt irgendwie was kommt. Diese organische Scheiße. Das kann doch nicht sein, dass hier irgendwie so viel, aber gut, davon abgesehen. Eintritt Schwerelosigkeit. Interessant. Interessant. Dort oben, dort oben sieht es schlecht aus. Das sieht so aus, als wäre da irgendwie die Hölle los. Au, 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 au. Dann gehen wir erst mal, gehen wir erst mal dorthin und gucken. Und dann, äh, bitte was? Wie, wo? Ist das normal hier? Oder ich glaube, das ist noch normal. Gut. Dann gehen wir jetzt nicht dorthin, weil wir uns überstacheln. Dort erst recht nicht hin, weil dort ist irgendwie alles elektrifiziert. Also, mal hier gucken. Ähm. Okay. Machen wir das einfach mal kaputt, würde ich sagen. Kann ich nicht kaputt machen. Dann kann ich, kann ich, ich kann es nicht bewegen. Ich kann es, ich kann es verlangsamen. Aha. Moment. Aber dann müsste ich natürlich genau wissen, tatsächlich, wo ich, wo ich überhaupt hin will. Vielleicht dorthin? Ja, toll. Beim ersten Mal hat es, ja, Gott, ach Mann. Nein. Oh, das war unnötig. Ja, aber, hä, was soll ich denn machen? Das ist, ja, 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 na, 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 na. Die Idee war gut, aber ich habe mir zu viel Zeit gelassen. Meine Fresse. Ja, da wurde ich gebrutzelt in der Luft. Ein kleiner Isaac am Spieß. Ja, ja. Tempel, wir haben es mitbekommen. Du warst hier irgendwie unterwegs und du fandest alles doof. Überall organische Scheiße. Da, 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 da. Das kann doch nicht sein. Hier muss doch mal einer aufräumen und so. Immer muss ich die verdammte Drecksarbeit machen. Hübbedübbedübbedübbedü. Und, äh, ja. Und so weiter und so fort. So in etwa. So. Dann gehe ich da jetzt also nochmal hin. Gucke mir das nochmal ganz genau an, tatsächlich. Wo ich dann jetzt so als nächstes reinsprengen muss. Hapsalamm. Äh. Nämlich da so irgendwie rein, tatsächlich. Aber halt. So. Verlangsamen und dann reinspringen. 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 Warum kann ich jetzt... Warum geht das jetzt nicht? Okay. Nochmal warten. So. Und nochmal. Verlangsamen und reinspringen. Warum geht denn das jetzt nicht? Eben gerade wollte er doch auch... Das... Hä? Den verstehe ich jetzt nicht. Moment. Nochmal. Verlangsamen. Zack. Zack. Ich drücke den Knopf. Ich drücke den Knopf. Ich drücke den Knopf. Ich drücke den Knopf. Und nichts passiert. La 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 la. Das Spiel das... Ja. Warum? Warum? Warum jetzt? Warum jetzt und nicht vorher? Was für ein Pixel muss ich da treffen genau? Wo will er da genau hin? Das verstehe ich nicht. Was ist das? Dippo. Dippo. Das Spiel ist schon wieder arschig. Das Spiel soll nicht arschig sein. Das Spiel soll lieb und nett zu mir sein. Und das Spiel soll... Das Spiel soll... Das Spiel soll schön sein. So. Okay. Ich weiß nicht genau, ob ich meinen Gedanken von vorhin noch zu Ende gebracht habe. Woran mich das Spiel so ein kleines bisschen erinnert. Jetzt allein von diesem rundem Spielgefühl her. So ein ganz kleines bisschen vielleicht auch vom Gameplay her und so. Aber ich meine jetzt tatsächlich mehr das Spielgefühl. Da erinnert mich das Spiel doch schon sehr irgendwie an Resident Evil 4. Ich weiß nicht. Ich bin, wie man vielleicht auch anhand meines Let's Plays so ein kleines bisschen gemerkt hat. Ich bin doch ein ziemlich großer Fan von Resident Evil 4. Weil, keine Ahnung. Ich finde, dieses Spiel macht einfach so unglaublich viel... Ähm... Richtig. Jetzt macht das. Warum auch immer. Jetzt bin ich drin. Jetzt war das... Ich glaube, das war gut. Ich hoffe, das war gut. Ein. Ausschalten. Aus. Ach so. Das war jetzt der Strom zuvor. Aha. Okay. Perfekt. Soll ich jetzt hier noch irgendwas machen? Man weiß es nicht genau. Ich kann mich hier umgucken. Überall... Was sollen diese komischen Stacheln und so? Was ist das? Das ist doch nur für... Das ist ja reine Schikane für mich. Da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-do. Äh... Das ist aber prinzipiell... Wenn ich dort jetzt runtergehe, das ist doch nur der Weg zurück. Oder sehe ich das falsch? Weil Lokalisierer sagt... Lokalisierer sagt, ich soll dorthin. Gut. Wenn Lokalisierer das so sagt, dann stimmt das auch. Äh... Ja... Irgendwie... Jetzt mal so gucken. Und dann mal... Und dann mal so gucken. Also eigentlich... Dort rein? Oh. Oh. Nicht gut. Nicht gut. Wo bist du? Wo? Wo, 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 wo? Du, du bist irgendwo. Da in der Ecke so. Und... Oh ja! Ich hab dich gebrutzelt. Ich hab meine Aufgabe erfüllt. Ich brutzel jetzt noch was anderes. Nämlich dich. So. Das ist noch einer. Oh mein Gott. Alle drehen durch. Nur ich nicht, weil ich einen Helm auf hab. Und deswegen, liebe Kinder, es ist total wichtig, immer einen Helm zu tragen. Egal ob im Straßenverkehr, auf dem Weg zur Arbeit, in der Schule, beim Schwimmen, äh... Was weiß ich noch. Also, Helme sind wichtig. Oh ja. Merkt es euch für eure Zukunft. Äh... Gebt es selber an eure Kinder weiter und so weiter und so fort. Wir haben etwas unglaublich Erstaunliches in der Tat gelernt. Ähm... Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Der Lokalisierer ist ein kleines bisschen verwirrend. Auch nur ein kleines bisschen. Ähm... Ich hätte jetzt ja eigentlich gesagt... Nein? Ja, nein! Oh! Hallo! Ja, ja! Du hast kleine süße Raketen und so, mit denen du schießen kannst. Und du machst... Boom! Boom! Und jetzt fliegst du in der Luft herum. Völlig schwerelos. Und so weiter und so fort. So, ähm... Wo muss ich denn jetzt hin? Lokalisierer sagt, ich soll mich zurück lokalisieren. Dann lokalisieren wir uns mal so langsam aber sicher wieder zurück. Moment. Das geht irgendwie so... Da so? Da... Da nicht so. Da überhaupt nicht so. Wie denn dann? Wo denn? Jetzt... Jetzt treffe ich wieder den Pixel nicht. Dabei ist das doch im Endeffekt genau die Stelle, von der aus ich... Aber... Aber irgendwie auch nicht. Jetzt funktioniert's. Warum kann ich jetzt hier da... Aber da... 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 Das Spiel macht null Sinn. Da... 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 Ich gehe jetzt zurück, weil ich es kann.